Willkommen zurück Leute zu einem neuen Part von Super Mario Bros. The Lost Levels. Eins oder vielleicht sogar das schwierigste 2D Mario, was es je gab. Und da geht es weiter bei Welt 7. Der Wind. Wow, Fische. Oh nein, da wäre ein Geheimgang gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Pilz. Nein. Das ist doch ein schlechter Scherz. Weggepackt. Oh, die scheiß Hammer, Brüder. Oh mein Gott. Das ist echt Timing. Und geschafft. Viel Glück, Sascha. Vielen, vielen Dank. Man hat ja schon gesehen, wie hart das Level war. Aber ich habe es geschafft. Wahnsinn. Ein Pilz und ein Einer-Pilz. Ja, Mann. Pixel Trim. Willkommen. Verkackt. Ja, Mann. Super Mario Bros. The Lost Levels. Wie ich schon bereits beim Video am Anfang angekündigt. Eins oder vielleicht das schwierigste Mario Game. Komm her. Komm her. Leiner Lucky, du. hier haben wir das ziel immer kein risiko einsprung ein bisschen früher was ist dein lieblingsburger von burger king der big king ist mein lieblingsburger mag es gern schiesig oder kein käsig der wind jetzt weiß ich wieso es los gegangen ist sehr schrecklich ja mann das game ist krank das game jawoll oh mein gott ja jetzt bin ich aber langsam oh mein gott und jetzt ins ziel geschafft heftig und jetzt bin ich oh 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 mein gott geschafft geil welt 8 jungs oder leute sind wir jetzt gut reagiert ja mann das kommt da wirklich ein paar sekunden drauf an oh hammer brüder nein ja ich sag mal es gab halt jetzt einige nüchterne rückschläge so wo ist es halt leider jetzt ein pilz mal gucken wie lange ich den pilz behalten werde lassen wir die erst mal durch die pflanze erst mal raus kommen oh nein oh mein gott oh mein gott oh mein gott was war das oh mein gott oh mein gott oh mein gott Wenn es klappt irgendwann mal, ja. Aber wie gesagt, die Pläne wurden so ein bisschen... Jawohl, und darum ist die Pflanze... Da muss man hoch. Sag mal, Brüder, du bist mir egal. Und zwar, das hier ist das Secret, was man finden muss, um dieses Level erfolgreich abzuschließen. Und hier haben wir das Ziel. Kurz und bündig. Oh. Hallo? Hallo? Keinen Schwung gehabt? Wow. So, ein Block sein. Oh, nein! Oh, yes! Dankeschön, Pixel-Krim. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schön, dass du dort da warst. Und wir sehen uns auf jeden Fall. So, kommen wir zur achten Welt. Dieser Sch... Oh mein Gott! Man hat schon Gründe, wie so die... Man hat schon Gründe, warum die Lost Levels heißen. Ja, definitiv. So, auf jeden Fall muss man hier runter, dann muss man hier rüber. Das ist schon heftig. Ja. Das schaffen wir schon mal richtig. Komm schon! Boah, das war knapp. Das war knapp. Boah, das war knapp. Oh, der richtige Weg. Pause 1! Jawoll, ungeschafft! Oh mein Gott. Hallo Nira, ich grüße dich, sei willkommen. Genau Mario, mach dich groß für die Prinzessin. Das hast du verdient Mario. Thank you Mario, the kingdom is saved. Now try a more difficult quest. So, das heißt es geht noch weiter. Das ist nicht das offizielle Ende. Und zwar es geht mit World 9-1 weiter. Ah, ihr habt richtig gehört Leute. Es geht mit 9-1 weiter. Und jetzt kommen die richtig kranken Level. So, jetzt haben wir komischerweise Cooper Panzer. Da haben wir Bullet Bills drin. Was haben wir noch? Piranha Plants haben wir hier. Hab ich glaube ich schon gesagt. Einfach ein Bier, das Level 1. Lakito. Shells. Goombas. Also hier haben wir ja wirklich die volle Palette. Hier haben wir den Hammer Bruder. Hier haben wir das Ziel im Wasser. Scheint alles geflutet zu sein, wie es aussieht. Haben wir gut hingekriegt. Und wir bleiben weiter in dem Wasser. Ein Lakito, der mich mit Spikes abwerfen möchte. Das ist gut. Das hat doch gut gepasst. und das war 9 strich 2 ging ja relativ ratzfatz außer musik aber außerhalb des terrasses also kein übliches schloss eine ranke nach oben würde was man überhaupt mir vertrauen mal darauf und nehmen doch mal diesen bonus mit ok also jetzt übertreiben sie echt ein bisschen eine wasserwelt 9 strich 4 hier steht was auf japanisch sogar feuer haben wir hier im wasser das war schon dann kommt das richtige schloss wasser schloss oder wie a1 kommt jetzt ok leute das war es erstmal mit diesem part ich hoffe es hat euch gefallen jetzt geht es weiter mit buchstaben es wird auf jeden fall spannend mal schauen wie viel ist wie viel das noch gehen wird ich weiß es ja schon eigentlich aber ich will es ja nicht spoilern für die leute die das jetzt so anschauen bleibt auf jeden fall dabei lasst doch gerne einen daumen da für dieses video ich hoffe es hat euch gefallen vielen dank fürs anschauen und wir sehen uns bis zum nächsten part wie gesagt ciao